Es ist der 27. April, 59 und Randy hat heute Geburtstag. Ich sage euch ehrlich, ich werde einfach bis Samstag, heute ist Donnerstag, immer mal wieder den Vlog einschalten. Ich werde euch einfach meine komplette Experience mitteilen, Leute. Und ja, jetzt gehen wir erstmal zum Friseur und schauen, dass die Haare fresh gemacht werden. Ich werde auf jeden Fall mein Fade deutlich höher setzen. Nicht viel, aber ein bisschen. Luca ist eh auch schon da. Happy Birthday, Bro. Erstes kleines Guten Morgen Geschenk. Mach auf, ja, mir leid. Ich bin ein Haarbrimmer, weil ich mir meinen Bart verkack. Ich weiß, was es ist. Soll ich raten, was es ist? Ja, es ist easy. Es ist schon sehr leicht. Nein, das ist kein Parfüm, oder? Ist es Parfüm? Nein, das wäre best. Okay, ich weiß nicht, was es ist. Glasses. Glasses, yeah. Lauerlich. Ah, Deng, da kann man nie was falsch machen zu sagen. Diese Marke ist die Marke der Marken. Okay, soll ich Farbe raten? Wirst du auch nicht erraten. Goddamn. Man sieht noch, wir haben noch über dieses Modell geredet, gell? Kuss geht raus, Bro. Dankeschön. Love you, Bro. Richtig erraten. The glasses. Das ist das 0,5er, gell? 0,4er. 0,4er. Ich glaube, wir haben das 0,5er. Ja, ja, ja. Wenn ich rausgehe. Ladies and gentlemen. Goddamn. Kuss geht raus. Leute, Haare sind geschnitten. Ich zeige euch die Frisur später nochmal, aber ich bin 10 von 10 zufrieden. Ich muss ehrlich sagen, Leute, das ist eines meiner Lieblingscafés. Ich habe zwei Stück, das andere zeige ich euch auch irgendwann. Wir sind auf jeden Fall am drehen. 53% ist durch mit dem Herrn. Wir trinken Flats Whites. Flats Whites. Flats Whites. Raus den Gaumen schmaus. Okay. Am Morgen so ein Ice Cream. Karamell Mandel, oder? Ich habe es schon wieder vergessen. Das ist mein Birthday Cake. Das ist so San Sebastian Cheesecake, oder? Genau, Cheesecake ist okay. Eis ist reißig. Und ich glaube, der Cheesecake ist nicht mein. Aber Cheesecake ist okay. Ja, genau. Eat me, Struggle. Was geht raus an? Name? Bleibt geheimt. Schaut das Video dafür. Das Video kommt vorher, Bro. Ladies and Gentlemen, wir sind bei dem letzten Spot für die heutige Rahmentour und für Randys Geburtstag-Tour gleichzeitig. Ich führe the Birthday. Und wir sind beim letzten Spot, was Rahmen angeht. Und ich zoome jetzt so weit rein, auch wenn es die schlechtste Qualität ist. Seht ihr? Da steht ein Acai-Bier. Hier geht es nur um Alkohol die ganze Zeit. Sollen wir mal darüber sprechen? Bist du mein Therapeut? Jetzt schon, ja. Okay, lass drüber reden. Wie oft denkst du an Alkohol am Tag? Nicht so oft, 27 Mal. Wenn wir schon so mal darauf eingehen, ändern wir mal kurz die Position. Gestern hast du mich angerufen, um wie viel Uhr? 0 Uhr 35. Siebt er an einem Glas mit Mescal drin. Was soll denn das? Ja, das war nur, weil ich habe kurz vergleicht. Also, es ist nicht ausgedrückt. Oha, einer stottert. Einer stottert. Okay, du darfst es noch sagen, wenn du willst. Ich gebe dir die. Ja, wie gesagt, ich habe zwei verschiedene Mescal... Ich muss ehrlich auch mal sagen, 27. April. April, April macht immer, was er will. Ich will nicht sagen, dass ich jetzt jedes Jahr an meinem Geburtstag gutes Wetter hatte. Aber heute war wirklich ein Tag, wo das Wetter anscheinend nicht so gut angesagt war. Und es ist wahrscheinlich der schönste Tag in diesem Jahr. Einer der schönsten. Ich glaube, dieser eine Samstag war auch sehr schön. Welcher Samstag? Ah, okay, wo wir Ostern, gell? Nein, wo wir auf dem Naschmark waren. Apropos dieser Samstag, jetzt werde ich jetzt ganz kurz... Nein, Spaß, das kann ich nicht erzählen. Chat-GPT-Video, das kommt bald bei Lukas. Das mussten wir zweimal drehen. Sag denen, warum. Soll ich sagen? Nein. Ich sage denen jetzt, warum. Sag denen, warum. Nein. Das ist ein Arschgeil. Ja? Was ist da drauf? Black Garlic oder was hat sie gemeint? Ich bin mit Twitter-Kluglo. Ah, okay. Die sehen auf jeden Fall sehr, sehr krass aus. Der Carlo und der Sigi haben jetzt auf jeden Fall die... Boah, Junge. Stopp. Boah. Was wollte ich jetzt überhaupt sagen? Ich wollte... Ah, nee, pass auf. Ich wollte mal eine coole Message raushauen für euch. Egal welcher Tag ist, habt so viel Spaß bei der Arbeit, wie wir es haben. Der Arbeitstag heute war vier Raben essen. Come on. Nee, Spaß. Da hätte jeder Spaß. Wir haben geile Raben gegessen. Ich muss auch ehrlich sagen, ich bin positiv überrascht von dem ganzen Rahmen, die wir heute gegessen haben. Ganze Rahmen-Tour findet ihr bei Lukas auf dem Hauptkanal in den nächsten Tagen. Er finde mich. Er finde mich neu. Er finde dich neu. Ich finde dich. Lass mich dich finden. Ich finde dich schön. Such mich im... Hast du noch was zu sagen? Was wolltest du sagen? Lass mich nur... Sag, was ist... Okay, ich habe ausgemacht. Zwei Stunden später. So, ragazzi. Heute haben wir einen 100% Chardonnay. Wir sind in Franciacorta. Tuvee 36. Können wir einfach sagen, dass Monte Ophelio unser Lieblingsladen ist? Ja. Die Experten probiert heute. Ladies and Gentlemen, wir befinden uns auf jeden Fall im Monte Ophelio mit der privaten Runde. Die einzig wahre Sababababarina. Der einzig wahre Eliro. Lee Kiss. Goddamn. Cheers, Ladies and Gentlemen. Danke, dass ich euch habe. Auf euch. Auf euch. Was ist das nochmal? Wie heißt das? Cannoli. Cannoli? Das ist ein Cannoli. Das hast du doch eh schon gegessen. Ja, aber ich weiß nicht. Das ist das Objekt. Doch. Doch. Heute wird Geburtstag gefeiert mit einer riesigen Runde. Nicht riesig, ich glaube es werden so 8 bis 10 Leute. Ganz entspannt. Nico pennt bei mir. Wir werden heute trinken, wir werden heute Spaß haben, wir werden heute Party machen, wir werden heute alles machen. Und es wird ein Vlog, der einfach eine komplette Eskalation sein wird. Ich hoffe, dieses Video schaffe ich am Sonntag zu bringen. Weiß ich nicht. Weil Randy wird Geburtstagswochenende anders genießen, weil Montag ist auch noch Feiertag. Und jetzt wünsche ich euch weiterhin viel Spaß. Gestern, ich weiß nicht wie viele Aufnahmen noch da wirklich mit reingekommen sind, es war ein Katastrophenabend, aber wir waren um 2 Uhr, 2.30 Uhr waren wir zu Hause, weil wir gesagt haben, heute geben wir Gas. Tisch ist voll mit Vlogpapes, ich hab Schmuck auf meinem Zahn und ne... Nico, mein Broski, What's the Motto? What's the Motto? Und Lucas Cousin ist am Start zu meinem Geburtstag nach Wien gekommen, wir gehen heute ins Motto. Auf jeden Fall Nico, Randy, wie viele Gläser sind wir schon intus? Vier oder fünf. Sitzt. Joko Gin. Wir sagen da drin, dass wir noch nichts getrunken haben. Dino ist der Erste, der auf jeden Fall hier war. Der Rest wird die Rechnung bezahlen, ist mir komplett egal. Eine Stunde später. Warum so spät, aber siehst du dann später. Bitte ja keinen. Ich war pünktlich. Das ist veganes Männemann. Thiago ist da, Lucas ist da, Nico ist da. Elias, Eliro, Burak, äh, ganze Runde. Hän ist die Vitamine. How are you? I'm fine, bro. How are you? I'm alright, bro. How are you? How are you? How are you? How are you? Good. How are you? 12 Uhr, Mieternachs. To you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, lieber Randy, happy birthday to you. Seit ich Sabrina kenne, sage ich, ich will eine Maxi-Kick-Torte noch nie bekommen. Das ist das beste Geschenk der Erde für dich. Ich bin sehr dankbar, dankbar für die beiden. Danke, dass ich euch alle habe. Danke, dass ihr hier seid. Kuss geht raus. Erstmal brauchen wir einen Applaus. Bleib wie du bist. Jeder, wie weiß er durch. Du bist ein fleißiger Mann. Du hast jeden Raum, den du betrittst. Du küsst ihn mit Energie. Du bist ein lustiger Typ. Wir lieben dich, bro. Happy birthday. Erstmal gegratet. Marita. 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 It's your birthday. Jetzt soll ich leben, wenn ich aufmach. Garden. Hi, ich bin der Schuh, den es in deiner Größe im Store leider nicht mehr gab. Aber du hast die Ehre, ihn jetzt selbst online zu bestellen. Dreh mich um. Nein. Nein. Nein, nein, nein. Warte mal kurz. Warte mal kurz. Danke schön, Leute. Ich küsse euer Herz. Lass sein Saufen, lasst sein Trinken, hebt die Gläser. Jeder sein Glas. Husky draus. Auf uns alle, auf uns alle. Cheers. Cheers. Danke, dass ihr alle hier seid. Cool Talk. Ich denke schon länger an den Schuh, wie auch Emma. Und an. Einer Flirt. Schau, Emma. Cool. Einer Flirt, weil jetzt der Typ weg ist er. Third Wheeling. Einen dicken Applaus für Sabrina einmal bitte. Thank you Sabrina. Dankeschön. Glaubt mal, es ist nicht nur ein Cheesecake, wo Maxi Künzungen draufgelegt werden, so wie bei R*****, sondern... Aha, no front. Dieser Cheesecake besteht aus einem Schokoboden, gefolgt von Can-Bister-Cheesecake-Masse. Wiederum gefolgt von einer Schokoboden, mit Hartenlüssen integriert. Was geredet wie ein Löwe. Ja, dem. Einmal einen Applaus für Lukas seine Ansage. Herz für alle, bitte Dank. Mit Karamellkirn. Maxi Künzungen. Okay, Cooler als der Kaiser sein Styloch war gleichfach. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday to you. Ladies and Gentlemen, wir schauen NBA. Wie früh ist es? Es ist 4 Uhr. Too late, ich habe mit euch allen nichts zu tun, wenn du mich fragst. Ich muss zusehen.